hey und willkommen zu einer weiteren folge top five clips of the week in diese woche wurden wieder gute clips eingesendet auch ich bitte an ein paar leute bevor ihr diesen link dort einfügt und das abschickt dass ihr selbst einmal den link ausprobiert den ihr da eingibt denn es gibt auch leute die haben einfach den link von dem video manager eingeschickt und nicht von dem eigentlichen video und deswegen bitte ich euch einfach darum wenn ihr irgendein video oder so ein schickt dass ihr vorher noch mal diesen link überprüft ob das auch das video ist was ihr eingeschickt habe und nicht dem video manager vor dem video den da eingefügt hat so ja der erste clip ist von benson und der zweite clip ist von nixen hat er gut gemacht er hat alle geld bekommen beim dienen für einen komischen one stack alter oh mein gott hat ich es gesehen ich hab da leider mit die drangemacht hier vorne genau direkt clips und senden von wer ist xx tolka hdlp xxl das liegen voll komisch xx tolka hdlp xxl ach so noch einmal an der stelle ihr könnt natürlich wieder mit einem like auf dem jeweiligen kommentar mit dem jeweiligen clip unten entscheiden welcher clip am besten ist und ja clip 3 ist jetzt von finlay dodo hier to tell you the truth tell you i'm nervous tell you my story tell you i'm worth it tell you my flaws and my faults and my doubts give you my heart and what's left of it now tell you my hurt tell you my pain tell you the thoughts i keep trapped in my brain tell you that nothing's the same tell you i'm nothing much more than a main and tell you i fear i may never find love tell you i'm getting in touch with above and right now i can't deny that i'm scared all this music i roll won't compare a war with the buds alone in my room dissecting each line that i rhyme i don't know how i finish on time miss a drop date three times i know that i let you all down well i was a first in that line so several my soul from my body engulfing in music and give you something to relate this is somewhere to go and your heart becomes cold and your friends become fake as you stand on the edge of the world you feel like you're destined to break and your grandma screaming you're worthless and calling you names see your face mom and i had to move to a place second time let a rhyme to pick this picture and i can't deny i would hide in my room and would cry from dylan urcher pictures don't vivid you yell in the kitchen i'm taking my boxes i made a decision i'm done with your dissing your father they're fixing i tried to be nice but you just wanna listen i couldn't wait for the day just to give you my take on the shit that you did i couldn't wait for the day just to give you my take on the shit that you did silly old bitch never be like you never be so rude i hope i wish alone and sing you und der vierte clip ist von bei pukki oder bei pukki mir kommt er noch nicht mehr Das ist gar nicht. Ja, echt? Ja, ich dropp mal gut. Ich dropp. Gib den nicht. Den kannst du geben. Der ist jetzt auf die Rot. Oh, wie trägst du den? Der lebt noch. Hey, ähm... Es prüft dich, es prüft dich, es prüft dich. Der Hand. Okay, unter dir. Ja, kann der nicht! Doch! Der wird gleich. Ja, Junge, wo ist unser Bow? Spam den doch mal! Hä? Ich hab noch keinen Bow, ja. Hä? Hinter das Lichter, ist das? Hä? Hinter das Lichter, ist das? Ach so, der Typ ist. Hab Rot down. Ihr habt oben. Nein! Kann jemand selbst sagen? Ja, ich hab jetzt... Hab oben! Hab oben! Also nur noch der Bow ist irgendwas. Wie weit ist der Bow? Wie weit ist der Bow? Der ist ganz oben drin. Ich hab auf! Ach so, der kommt! Du kannst ja noch... Hab Bow down! Bow down! Ja! Junge, 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 Junge! Komm, komm! Einer hoch! Schnell! Junge, ich nehm auf! Ich nehm auf! Und der fünfte Clip ist von It's Pinguin PvP. Und der fünfte Clip ist von It's Pinguin PvP. Ich mach jeden... Ich hab gestern gegen... Super! Ich hab gestern von elf Runden, die ich gespielt hab, acht Bass-Dev gemacht! Ich hab gestern ne Stunde lang Bass-Dev gemacht. Ich hab grad eben ne Stunde Bass-Dev gemacht. Ich hab grad eben ne Stunde Bass-Dev gemacht. Mäh! Unten! Unten, Peps! Du musst treffen! Sass! Und zum Schluss einfach noch so'n paar Clips aus dem CW gegen Luma. Rechts immer noch One-Block-Sense-Zone. Ja geil, ich schaffe, die haben geballert. Hey! Hey! Lass zwei Bass-Dev! Lecker, das zwei Bass-Dev! Gute noch! Ich weiß es nicht, verstehe ich nicht. Oh, Stärke ist so stark. Einer unten, beide ganz oben auf dem Tisch. Den T-Schuss jetzt nicht. Aber in so einer Situation würde es sich halt echt lohnen. Jetzt liegen gerade 5 Stakes im 2. Ja, dann mach mal Schafe davon. Komm, Paisen. Machst du noch ruhig Dach. Jetzt läuft der Bo direkt weg, Alter. Ja, Dings, wie gesagt, das kann sein. Null. Kann der noch Schafe reinlegen. Wemis doch Stage. Ja, leg Dings nochmal Schafe rein, Wemis. Ja, hab ich, hab... Wemis ist auf 1. Schicht. Das Ding ist, jetzt würden 2 TNT genau in der Corte halt sogar reichen. Aber es ist zu einfach, dass sie es einfach zubauen. Ja, ich nehm 2 TNT mal mit hoch. Weiß Wims. Wir haben 5 TNT, gell? Ja. Mal, ist das gut, das gut, das gut. David genannt hat. Ja, Junge, das Ding ist, Paisen ist halt absolut sch***. Nöö. Doch, auf ner graben Fläche kommt überhaupt nichts. Der ist so krass. Junge, der ist absolut sch***. Ja, Moin, Digger, der ist nicht krass. So krass ist er wirklich nicht. 2 Dunden. Äh, zu 2 Dunden. Pass auf, safe. Ja. Maxim, Daumen. Weiß. Der Base-Dev war das, ne? Wöss. Au. Sag doch, der sch***. Wie weiß. Wie weiß ich jetzt, schau mal, Schafe gemacht? Ne, ne? Ne, noch nicht. Das ist gut. Was ist das? Ich hab's nicht bestimmt. Und dann hat ihr die Diskussion mit den Hotkeys von den Höhen geklärt. Alter, die haben mich nicht ausgekontert. Der Typ muss so abkontakt. Ja, dann kostet es wirklich auf die, die dich auskontern. Und, ne, die schaffen es schon allein. Pasen, äh, McDeslaw. Team 2 oder 1-Hit. Kommt. Autsch. Dein... Knock is on. Da unten kommt einer durch. Da ist ein Hintern. Unten. Da ist. Hm. Hint. Da unten. Vielleicht ist er noch... Ja. Und da... Vielen Dank.